so jetzt habe ich mal die schachtel aufgemacht wo dieses untergestell drin ist da wurde dann oder ist bereits eine beschreibung drin beschreibt wie man das untergestell mit bett aufbaut das seht ihr hier auf dieser zeichnung und deswegen habe ich auch gleich die andere packung mit dem bett aufgemacht das heißt wir fangen jetzt an mit der packung wo das untergestell ist und machen die auf wo das bett drin ist und in der packung mit dem untergestell ist die komplette bedienungsanleitung drin wie wir das ganze aufbauen so ihr seht das beginnt jetzt als allererstes mit diesem seitenteil also mit dem seitenteil rechts und links diese absturz sicherung oben und dann mit den kopf und fußteilen so das werde ich jetzt im nächsten video aufbauen